Hey, weisst du eigentlich, was ein Kunststofftechnologe macht? Nein, dann komm mit und schau uns beim Arbeiten zu. Mein Lehrbetrieb, die Altplast, ist spezialisiert auf Einzelanfertigungen. Das macht meine Ausbildungszeiten sehr interessant. Kunststoff ist ein sehr vielseitiges Material. Es lässt sich sehr gut mit Maschinen und auch von Hand bearbeiten. Auf dem Konstruktionsplan finden wir alle technischen Angaben, die für unser Projekt wichtig sind. Kunststoff lässt sich, wenn es warm ist, sehr gut verformen. Dazu brauche ich Feingefühl für das Material und Erfahrung in der Bedienung der Maschinen. Die Kennzahlen, die ich bei der Schweissmaschine eingebe, sind auf die Art des Kunststoffes abgestimmt. Das Ergebnis ist eine saubere Schweissnaht. Als Kunststofftechnologe können wir mit den verschiedenen Kunststoffen und den verschiedenen Schweisstechniken gut aus. Hier mache ich eine Handschweissung. Dazu brauche ich nur heisse Luft und Schweissdraht. Unsere Ausbildung zur Kunststofffachleute ist sehr gut betreut. Und in unserem familiären Team wurde ich von Anfang an als Lerner ernst genommen. Und jetzt? Haben wir dich neugierig gemacht? Toll! Dann sehen wir uns vielleicht schon bald bei deinen Schnupperlehrer-Altalstagen. Wir freuen uns auf dich! und jetzt aber gut ab grüßt. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf die Untertitelung des Schlecht-T49.